Waltraud Fesser ist zu uns gekommen von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend. Sie arbeiten dort als Referentin für Lebensmittel und Ernährung und von Ihnen möchten wir gerne wissen, warum reicht denn so eine Bezeichnung artgerecht, wie wir es eben gesehen haben, einfach nicht aus? Weil die Bezeichnung artgerecht überhaupt nicht definiert ist. Das heißt, wenn ich nach gesetzlichem Mindeststandard gehe, kann ich schon artgerecht auf die Packung schreiben. Dem Verbraucher suggeriert es aber, dass die Tiere ein besseres Leben hatten, bevor sie auf den Teller gekommen sind. Inwieweit müssen also die Hersteller tatsächlich etwas transparenter gestalten, woher das Fleisch kommt im Sinne der Verbraucher? Das Haltungskennzeichen ist ein erstes Siegel dafür. Es ist kein eigentliches Tierwohl-Siegel, sondern es bildet nur ab, was auf dem Markt ist. Und das ist eben im Moment hauptsächlich die Stallhaltung, die gesetzliche Mindestanforderung und nur wenig in den weiteren Stufen 2, 3 und 4, also bis hin zu Bio. Ich denke, dass es sinnvoll wäre, tatsächlich ein staatliches Label zu machen. Ich habe es ja eben schon angesprochen, viele Menschen sehen diese Bezeichnung, halten das vielleicht fälschlicherweise auch für ein Siegel und sagen, Mensch, artgerecht, klasse, kaufe ich, habe was Gutes gemacht. Das ist ja so nicht, ne? Nein, es gibt eine Vielzahl von Siegel auf den Verpackungen. Das haben wir in dem Beitrag ja auch gesehen. Und das ist natürlich eher verwirrend, weil die Verbraucher kennen die Kriterien nicht, die hinter diesen Siegeln liegen. Und auch der Haltungskompass ist derzeit bei den Verbrauchern nicht bekannt. Insofern müsste es ein einziges Siegel geben und dieses Siegel müsste auch aussagefähig sein. Ist diese Verwirrung vielleicht auch ein Stück weit, ich möchte mal sagen, Absicht, damit der Kunde nicht so viel nachdenkt und einfach zugreift? Man hat lange Zeit überhaupt keine Differenzierung, also Unterschiede im Fleischbereich gewollt. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt noch immer die vielen Sonderangebote im Fleischbereich, um die Kunden in die Läden zu locken. Und das passt überhaupt gar nicht zu jetzt artgerechter Tierhaltung, denn Tierschutz kann es nicht zum Nulltarif geben. Die Politik plant ja ein einheitliches Siegel einzuführen 2020. Was muss dieses Siegel können, sage ich jetzt mal? Das Siegel muss vor allen Dingen direkt im Einstiegsbereich bereits Kriterien haben, die den Tieren zugutekommen. Das heißt, es muss ambitionierte Kriterien haben und da reichen zum Beispiel die 10% Platz natürlich nicht aus. Und es muss vor allen Dingen auch genug Angebote geben in den Stufen 2 und 3, die dann ein Stück weit höher sind und wirklich Tierschutz werden wir erst ab der Stufe 3 und 4 haben dann. Bedeutet das, kurze letzte Frage, dass solange es so ein Siegel noch nicht gibt, man lieber sein Fleisch sicherheitshalber bei Metzger oder direkt auf dem Bauernhof kaufen sollte? Das wäre eine Möglichkeit, wenn man beim Metzger nachfragen kann. Eine andere Möglichkeit ist, Biofleisch zu kaufen oder eben sich die Siegel genau anzugucken und zu Neuland, Deutscher Tierschutzbund oder ähnlichen Siegel zu greifen, wenn man mal geguckt hat, was verbirgt sich dahinter. Ich werde beim nächsten Einkauf mal darauf achten. Vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. Gerne. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön.